Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, im letzten Video habe ich euch etwas über das Spiel des Jahres erzählt und euch Spiele gezeigt, die man zu den Spiel des Jahres Familienspiele erzählen könnte. Spiele, die bei uns in den Spieleabenden der letzten Wochen und Monaten auf dem Tisch waren. Heute bin ich beim Kennerspiel des Jahres. Das Kennerspiel des Jahres 2019 war ja Flügelschlag von Feuerland und Flügelschlag war auf der Nominierungsliste zusammen mit dem Spiel Detective von Pegasus und Carpe Diem von Ravensburger. Ich möchte auch heute euch wieder Spiele zeigen, die ja bei uns in den Spieleabenden auf den Tischen waren, die jetzt dann eher für den Kennerspielbereich zählen. Ich beginne mit dem Spiel Ichta von Yellow, ein Spiel für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Wir müssen hier einen Garten anlegen und dabei Edelsteine einsammeln, die dann und diese Edelsteine dann entsprechend umtauschen, eintauschen in Siegpunkte. Das nächste Spiel ist das Spiel Humboldts Great Voyage vom Hochverlag für zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren. Wir sind auf den Spuren von Humboldt, versuchen hier unsere Schiffe mit Waren zu beladen und die ergeben dann unsere Siegpunkte. Das nächste Spiel ist vom Amigo Verlag, Karneval of Monsters. Ein Spiel für zwei bis fünf Mitspieler ab zwölf Jahren. Wir als Mitspieler begeben uns auf eine abenteuerliche Reise und wollen Monster einfangen und bekommen dann dafür dann Siegpunkte. Von Schmidtspiele kommt die Wikinger-Saga. Ein Spiel für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Wir sind hier im Wikingerland. Unternehmen reisen und versuchen dabei durch das geschickte Einsetzen von unseren Wikingern dann in den dementsprechenden Inselländern Siegpunkte zu bekommen. Das nächste Spiel ist Rune Stones von Queen Games für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Bei Rune Stones sammeln wir Edelsteine. Diese Edelsteine tauschen wir dann um in Rune Steine und mit diesen Rune Steinen bekommen wir dann auf unserem eigenen Tableau dann Siegpunkte. Das nächste Spiel ist Die Inseln im Nebel. Ein Spiel von Schmidtspiele für zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren. Wir sammeln hier Landschaftsplättchen, legen die an und müssen hier fortlaufende Landschaftsplättchen bilden und zwar in jedem dieser fünf Gebiete. Und wer am Ende des Spiels dadurch die meisten Siegpunkte bekommen hat, ist dann der Sieger. Das nächste Spiel ist Tayuto von Abakus Spiele für zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren. Wir helfen den Mönchen hier beim Bau der Tempel und bekommen dann dafür Siegpunkte. Derjenige, der am besten gebaut hat, bekommt dann auch die meisten Siegpunkte und ist dann der Sieger dieses Spiels. Dann haben wir Asul, der Sommerpavillon, Asul 3. Auch bei diesem Asul müssen wir Steine von den Tellern nehmen und sie auf unseren Spielplan legen. Wir werden natürlich wie bei allen anderen Asul-Spielen so, dass wir viele Punkte damit erzielen und damit dann am Ende des Spiels siegreich das Spiel beenden. Asul 3 ist für zwei bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Wäre jetzt eventuell auch ein Spiel in den gehobenen Familienspielen, aber ich tendiere eher in den Bereich des Kennerspiels. Dann haben wir von Pegasus Spiele Kitchen Rush für zwei bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Wird auch als Familienspiel deklariert. Wir eröffnen bei Kitchen Rush eine Gaststätte und das Spiel geht insgesamt über neun Runden, wobei man die ersten beiden, vielleicht sogar die ersten drei Runden ja wirklich als Familienspiel bezeichnen kann. Aber bei allen anderen glaube ich schon, dass wir da in den Kennerspielbereich kommen. Kitchen Rush könnte also in beiden Listen auftauchen, sowohl beim Familienspiel als auch beim Kennerspiel. Dann haben wir hier als nächstes Spiel die Crew vom Kosmos Verlag für drei bis fünf Mitspieler ab zehn Jahren. Wir sind auf einer Mission im Weltall und müssen missionsweise verschiedene Aufträge erfüllen. Auch hier ist es so, dass die ersten Missionen, denke ich, ja in den Familienbereich fallen. Aber alle weiteren Missionen können auch in den Kennerspielbereich kommen. Also auch die Crew könnte in beiden Listen, Nominierungslisten auftauchen. Dann haben wir hier ein Würfelspiel. Fitzec, Safehouse, das Würfelspiel für ein bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Wie bei dem Brettspiel müssen wir hier würfeltechnisch dem Verfolger entkommen. Und ja, auch hier kann man ruhig in den Kennerspielbereich reinrutschen. Dann habe ich auf der Messe Essen hier dieses Würfelspiel entdeckt. Florenza, das Dice, das Würfelspiel für ein bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Auch hier rutscht man, denke ich mir, in den Kennerspielbereich. Gehobeneres Familienspiel. Wir müssen hier würfeln und die dementsprechenden Würfel dann einsetzen und können dann in den entsprechenden Feldern ankreuzen und damit Siegpunkte generieren. Jetzt habe ich noch zwei Spiele, die man auf jeden Fall in den Kennerspielbereich einstufen sollte. In dem Fall Marco Polo 2 im Auftrag des Kahns für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Wir durch Reisen wieder das Land China setzen, die unsere Würfel, ja, Siegpunkt füllend ein. Dieses Spiel ist auf jeden Fall für den Kennerspielbereich, ja, teilweise vielleicht sogar in den Expertenbereich, sodass es vielleicht für den Kennerspielpreis nicht in Frage kommt. Das gleiche gilt auch für das nächste Spiel, das Spiel Crystal Palace von Feuerland. Ein Spiel für zwei bis fünf Mitspieler ab 14 Jahren. Auf jeden Fall Kennerspiel, wahrscheinlich auch in den Expertenbereich einzustufen. Gehört auch zu den Neuerscheinungen 2019, 2020, deswegen wollte ich es euch mal zeigen. Ja, das waren die Spiele für den Kennerspielbereich, die bei uns in den Spielabenden sowohl privat als auch in der Volkshochschule Rheingau-Taunus hier in Geisenheim auf den Spieltischen waren. Ich bin jetzt dann mal gespannt, was am 18. Mai auf den Nominierungslisten für das Kennerspiel des Jahres und das Spiel des Jahres dann wirklich auftaucht und wünsche weiterhin viel Spaß beim analogen Spielen.